So, jetzt einmal die Lilliput-Raketten vom Funke. Einmal das Head jeder Rakete, einmal. Wir fangen an mit der Bürofahrt. Sehr schön. Kommen wir zur nächsten Rakete, der Weißblieger. Auch ganz toll. Leider den Knall nicht drauf gehabt, weil er hinterm Haus war. Stecken wir einmal um, sodass wir nichts treffen. Als nächstes hätten wir einmal die Weißblieger und das Weißblieger. Das war ein Weißblieger. Auch wunderschön die Raketen. Jetzt stecken wir noch mal um. Wir lassen jetzt Knall. Überall ballert es einfach nur. Jetzt noch einmal die blaue. Wunderschön, mein Favourite. Wir sind super Raketen. Für wenig Geld kauft euch die Dinger und viel Spaß.